Er hat sehr wenig gespielt Herzlich willkommen bei Malte Simulator Malte ist Gay Simulator Hey Leute, ich bin's Euer Aixun Lose Möse Vor allen Dingen das zensieren sie dann aber wieder nicht, ne? Aber Pimmel wird hier zensiert Ist der Penis zensiert? Weiß ja, hab ich noch nie ausprobiert Die Bananen, sie fliegen Naja, das würde auch nichts zensieren jetzt Diana denkt sich auch so was geht jetzt dann Hier sitzt du Busch Was, ich hab noch nicht gesehen mit was sie angefangen hat Ich glaub Q Auf diese andere Nummer gehen hier Ja, Q hat sie angefangen Ah, ich las das hier grad wie, alter alter Boah, ganz so schlimm ist doch noch nicht, oder? Pfff Gute alte Banane Gute alte Banane Gute alte Banane Tom 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 Warn Alter meist ich kriege immer ein Lasted Alter Gute Scheiße hier unten alter Ja und ich hab kein Wort gerade Ich glaube Mirko ist gar nicht Mitte Leute ich hab gegangt weil ich dachte Mirko ist Mitte Und Mirko ist aber top landen Egal hab ich dem random mal nen Kill besorgt Ich denke niemals an einem random lane keine Ja eigentlich ist das ich dachte auch Mirko wäre das Mitte Der hat so schlecht gespielt hab ich gedacht das wäre Mirko Das ist genug Geld hier Was haben die denn eigentlich? Ach Kevin haben sie im Dschungel Da wärs was passiert gerade Hä als erstes die W hochskillen hat mal überhaupt keinen Sinn Wir sind hier unten alter Das ist also eigentlich dein Damage aber ich würde die eh machen für den Jungle Clear Ach das macht keinen Sinn ich würde eh mal einen Jungle Clear Ist ja besser ein Speedy Speedy? Speedy Gonzales Die Monetas Oh Mirko jetzt wird er jetzt aber ganz schnell weg da gleich Quatsch was wärst du mich killen wenn sie alles raus hat hier Mirko mal ne ehrliche Frage jetzt aber die musst du wirklich ehrlich beantworten Bist du ne Tunte? Scheiße man jetzt wurde ich aufgedeckt Wie bei N24 die Geheimnisse der US Top Secret USA oder so Die Geheimnisse wurden ausgedeckt Die wollen das Area 51 stürmen in Amerika ne? Vor allem macht's doch Richtig Sinn das vorher anzukündigen Das will man's mal Guck mir die Top lane an ne die ist fuller Du hast doch keinen Old macht's keinen Schaden Das ist richtig Was die Botlander macht keine Ahnung Die spielen halt hier passiver als Leute die passiv waren Ja Also ihr mal wenn ihr mit Malte unterwegs seid Richtig Ich bin's Warum pingt ihr den Drake will er mir damit irgendwas sagen? Ich glaub der ist schwul Einmal gank top soon Guck 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 Das ist eigentlich wie ein Heartbeat da über die Möko Sieht richtig lustig aus Ja 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 und gerade ist es hier los geht's pg die botland ist nur noch nicht kommt schon leute lasst uns bt unterstützen mir kommt schon 6 kann mir diese old treffen oder nicht na top land ist jetzt erstmal weg äh leuchte ich wurde von dem minion geblockt malte spielt wieder für den gegner ich wurde von dem minion geblockt alter gekockt blockt weil ich in space wurde weil sonst folge ich dir überall hin selbst in events in weiße autos das ist der karl in der angestellten wieder da und mir kann natürlich auch nichts machen wenn ihr da am exeter sein sind halt die komplett scheiße oder magena knall doch black shield und ob jetzt holt es ich denke die da gar nicht gern den solo machen oder die runterkommen ich auch seite da ich wusste gab gar nicht gesehen dass soweit vor sind jetzt hat die natürlich gerade hier bleibst hier alter was haben die bitte für cc ich habe sogar noch geultet pushen wir hier den tower es ist natürlich gar nicht ich habe mich geultet ja die kriegst du aber noch egal noch mitgenommen wo war die aber ich verstehe wo die jetzt war es waren vier leute jetzt unten wo war die in die mitte oder war die tot da muss ich jetzt auch mal die sei es ein bisschen scherber zugeschaut hat die eigene fucking stopwatch mit ich wollte mich schon wieder aufregen wenn ich das blutdruck ist schon wieder langsam angestiegen als ich dieses geräusch gehört habe ist er echt schon wirklich hochgegangen gerade eigentlich wenn wir league spielen müssen wir eigentlich alle blutdruck medikamente einnehmen oder so ein puls messer müssen wir neben uns haben ey du müsstest echt mal so eine fitbit oder so anziehen in der zeit wo du league spielst oder so das wäre richtig geil oder zieht es gut ja malte würde er auf 180 sein ey ohne spaß das wäre so geil oh jetzt fight, äh die stirbt jetzt erstmal oder? äh ja kriegt sie die noch? pfff nein geil Möko, Kragas kann hochkommen ne? der war gerade bot, äh, mitte und hat dann kriege holt wie siehts unten aus? da gehen wir noch mal rein da seh ich gar nicht einer unten wartet noch n Sekündchen Alter, was ist das für'n Schaden, ey jetzt aber Papa kommt ich glaub die haben hier ja aaaaah die haben wir schon mal gibt's nicht alter, das gibt's nicht die eben schon weggeflischt ich meine auch ey sag mal willst du mich natzen oder so? mach ja erstmal noch schön entspannt, Thomas du Bastard nicht mehr ganz so viel Leben, Jungs Jungs Junge, Alter bist du erstmal noch gestunt? Oho! jawoll ja gut so jetzt machen wir noch den Tor hier super ult es reicht's aber langsam hier, wa? mitte kann eigentlich nicht kommen aber wir haben jetzt hier gerade keine aber wir haben jetzt hier gerade keine okay, da hätt's noch nen Hit drauf machen können nein guck mal mal das Leben an ich geh meinen Base ich geh Base, ne bis jetzt nicht da aaaaah was ist das hier für'n Bullshit, ey ja auch Base, habs bis jetzt kein Leben mehr toll ich glaub ich hab diesen Game schon öfter gegamed als Kevin in seinem ganzen Leben hab ich das gerade auf der Aufnahme ges- hallo? 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 war nicht fair die waren das übrigens müssen die sitzen hier oben aus ich glaub eher, dass sie gerade, entweder geht die runter ich festcheck mal hier Mirko äh dann ist die Mitte ah hier ist Gragas naja, was macht der denn hier? Gragas Gragas Malaga FC da ist Yasu Ali ist jetzt unten weil Yasu ist auch noch da Mirko, nicht rein, ne die kommen alle oh, haben die jetzt die Lanes geswappt? sah aus, ne falls das übrigens ein, äh ein Typ von dem eSports Pro Team sieht, ich wäre noch zu haben ich würde meinen Vertrag bei bei Rhein bei Rhein bei Rhein eSports würde ich wohl auflösen, den Vertrag kommen da gehen wir uns gerade zu ult ne schade nein, hab ich gerade gar nicht gehofft kriegen wir aber trotzdem, das ist ja nur der Support ich geh rein direkt von hinten my god the horse is in hallo? warte bis der Blackship draußen ist weiß mal geh was aus unten will die auch noch was? hast du, war das wie du? 10 Sekunden holt ne die wie die nicht die die Da ahnt mit aber einer richtig schwer Die ult ich da Ja klar Wenn ich hab keine ulten mehr Brauchst du einen nicht Ah den kriegen wir nicht Oh pass auf Kragas kommt auch Wir sollten disengagen Haben wir immer noch kein Drake gemacht Naja War nicht warum Hätte ich die Hunden eigentlich schon ein paar mal machen können Wir waren ja gerade Mitte Ja machen wir es sehen Ok Ja ok komm er ultet wieder Ja Ich bin halt hier intet Dreck und Soraka kommen sie nicht weg ey Um nur Flash Ist schon nicht ADK Würde sie da einfach mal ein Ohrdrad hinstellen und dann kommen sie da wieder alle rausgelaufen Der Kragas geht jetzt zum Ding ins Alter Oh der ist ja free kill alter Der macht den da jetzt Ja ich komm Oh der ist ja nie Alle die ult Das ist ein KS alter kam auch hier noch das mein ne Oh jungs jetzt gehn ich rein weil ich den sloan wollte es geht raus ich bin da unten ich habe den sloan ach schade hat nicht gereicht wie laut ist der mit dem sloan minderwertig jetzt ja der macht ja gut schaden du oder mit dem angestellt ach 5 kids gg jojo lala let's go nirko du kannst den blue haben wenn du willst ne das gibts hier nicht die andere tante da jo nirko ist ne tonte pushy unten raus dann hole ich den ja war ja nur ne frage hätte sein können das war aber hättest er mit ja beantwortet i get golem sorry vor allem auch nicht die frage sondern er schreibt direkt ich nehm die und sorry doch vermuttert 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 dann irgendwann kein smite mehr da so ne kacke da wir sind Sinn dass m die dachte dann und gewinnt hier eine niederländer kann nur gar nix achto ist ja auch hier aber seine kuh kann er noch garsten dann garsten stahl gasten stahl kann er die noch nice und sich aber gerade am näscher das gefällt mir aber gar nicht näschers tooth läuft auch noch mal durch er hat er macht das hat mir zehn schaden gemacht oder so ein bisschen mehr ist dann doch ja ich sehe die blutenspock jetzt was wollt 30 sekunden oh nein sie haben mich jungs sie haben mich die haben uns und denkt mal ein bürger wird jeder kalle idiot weiß hat mir gut den leichten ausweg genommen gab es hat schon mal keine ulti mehr ich kann nicht mehr zu dir kommen gerade und die wieder geholtet dann ne was seid ihr denn da ja da habe ich glaube so gesehen da muss ich mich fragen ach die hat die akadi wieder geholt dann ist die wieder mit null hp weggekommen das ist doch ätzend einfach es ist doch so deprimierend mir kurz mühle weil ihr müsst wissen die aufnahme ist gerade um fünf uhr normalerweise geht mir kommen die zeit ins bett ich will ja ich will ja nicht sagen was eventuell gleich ertönen könnte fünf uhr nachts draußen ist vollmond wir sind klären da ja ich wollte gerade hinlatschen erst mal gibt es ihnen hier alle 1 ich bin nicht gerne egal da ist es auch noch da sind vier leute ja das machen wir nicht fünf oder so eine 1 4 auch wenn ich jetzt hier nicht denken also pro stunden noch ja nicht wir jetzt feiten wirklich optimal würde ja nichts machen ja wirklich hab ich hier er soll natürlich keine minions hier das hat die und akali push top lane am besten eigentlich muss der jenner oder so base gehen und das beschützen aber jetzt natürlich keine lust das zu schreiben meine ziel so kommt immer potenziell wieder tot ich bin immer das bauernopfer als suraka jetzt die andere das nervige an suraka ist immer das bauernopfer aber in 70 sekunden habe ich mein ticket in die freiheit wieder splitpush eco sie können hier auch mal wieder spielen kann er den farm hier wegnehmen ich habe mich davon eh schon verabschiedet hier der quickel stuhr bei dem gewinn grub mit sehr gut jetzt ist eigentlich viel weil der rest macht kein schaden jetzt wird sie da abgeholt das müssen wir hier natürlich ein bisschen muss ich ja nicht immer das scheiß super hier rennt immer durch wie die wie die kann ich nicht rennt wieder wie die axt im wald hier 8 um 1 draußen ist folgen kein schaden der ganze 100 schaden gemacht oder macht richtig der mensch alter mit verstorben jetzt habe ich getroffen alter was sie finden der schaden mann wir den fast noch tot gekaltet bekommen aber dann kam der rest von garagas team wieder noch mal ganz mal kurz gucken die agamie wieder im internet abc defg hij kremen op element 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 an kennt den elementel ist miko da einer bredilie habe ich mir auch mal die assists gesnackt die assists ich habe kurz überlegt ob ich den gleichs meister war habe ich gedacht komm es ist eh nicht in welchen hälften zu können video aber dann trotzdem nicht da gewesen auch weiter nächste mal das bei jeder chance sehe ich den netz da bis jetzt selbst schuld für mir gesagt würde in der einen runde bis jetzt selbst dran schuld great player mail fight was haben die denn da geraucht okay 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 Vielen Dank.